So erstellt ihr ganz schnell ein interaktives 360-Grad-Projekt oder eine virtuelle Tour aus euren 360-Grad-Aufnahmen. Zuerst müsst ihr euch auf vr-easy.com registrieren, dann eine neue Tour anlegen. Der Text im zweiten Feld hier bestimmt das Ende des Links eurer Tour. Im Reiter Panoramen ein oder viele Panoramen von eurem Rechner hochladen, dazu die Panos aussuchen, markieren und auf Öffnen klicken. Die Panoramen dann durch Klick auf das Stifte-Icon umbenennen. Dann im Reiter Start das Startpanorama eures Projektes einstellen. Im Editor-Fenster die Panoramen miteinander verlinken. Dazu das Panos-Spot-Icon einfach ins Bild an die gewünschte Stelle ziehen und im sich öffnen Eingabefenster das zu verlinkende Pano bestimmen. Dann Speichern drücken und nun bei dem Klick auf den Pfeil öffnet sich das bestimmte Pano. Ihr könnt auch definieren, in welche Richtung man schaut, wenn sich ein Panorama öffnet, den sogenannten Startblickwinkel. Erst den Blickwinkel einstellen, dann auf Übernehmen und dann Speichern klicken. Ihr könnt Medien in die Panos integrieren, ganz einfach durch Ziehen der entsprechenden Medien-Icons ins Editor-Fenster hier. So könnt ihr auch zum Beispiel Text einbinden, das Text-Icon ins Panorama ziehen, Titel, Text, Weblink eingeben und Speichern drücken und schon ist eure Textbox im Panorama. So ähnlich einfach lassen sich auch Fotos integrieren. Ihr zieht das Foto-Icon einfach ins Bild, gebt einen Titel ein, sucht euer Foto auf dem Rechner raus, klickt auf Öffnen und auf Speichern und schon ist euer Foto in eurem Panorama. Videos von Vimeo oder YouTube könnt ihr natürlich auch einfügen. Für YouTube-Videos zieht ihr das Icon einfach ins Bild, geht zu eurem Video, kopiert diesen Code-Text hier hinter dem Gleichzeitzeichen und kopiert diesen Text in das Eingabefeld für die Video-ID. Drückt Speichern und schon ist euer Video im Panorama. Im Reiter Tour-Einstellung und Kontakt könnt ihr auch eure oder die Kontaktdaten eurer Kunden eingeben. Diese Daten sieht man, wenn man auf dieses Icon klickt in der Tour. Im Reiter Tour-Einstellung und Start könnt ihr auch eine persönliche Botschaft einstellen. Um euer Projekt oder eure Tour mit der Welt zu teilen, geht ihr auf den Reiter Tour-Einstellung, Allgemein, klickt den Online-Schalter auf Ja und drückt Speichern. Dann könnt ihr auf diesen Link klicken und schon öffnet sich eure Tour bzw. euer Projekt für die gesamte Welt. Diesen Link könnt ihr nun kopieren und per E-Mail oder Social Media teilen oder damit per iFrame eure Tour bzw. Projekt in eure Webseite oder euren Blog einbauen. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr viele weitere ausführliche Tutorials für die vielen tollen Features unserer ViaEasy Cloud Software.